Musik Musik Applaus 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 Ja, liebe Absurden und Absurden und Absurden, geschätzte Motor-Spot-Frienden, liebe Rats-Spot-Frienden, neben mir steht, links zuvor der Luigi Gaveri, und rechts zuvor der Präsent von der IGOR, von der Interesse-Gemeinschaft, der Aluiz, der Wiese Einten. Wiese Einten, er will natürlich alles planen, mit der Luigi in der Eiche übergeben, und Wiese das Mikrofon. Liebe Besucher, nicht verabschiedet hier, ein grosser Radrenker, und respektive Motorradrenker, und von dieser Bahn, er fährt heute das letzte Mal, er hat mir das letzte Jahr gesagt, bin ich der, und das hat mich wahnsinnig gefreut, den ich ihn da gesehen habe. Für mich ist das ein Erlebnis gewesen, in den 60er Jahren, als ich eine bescheidene Amateur-Velokarriere hatte, vielleicht mehr wie schneller, mit meinem Motorrad, und da ist der Luigi dreimal Weltmeister geworden. Aber es ist ein Erlebnisgross, ich habe nachher das Velogeschäft angefangen, und der Luigi ist zu mir gekommen, und wollte ihm ein paar Rennhosen kaufen. Jetzt sind die Rennhosen aber mit der Post zu mir nach Hause gekommen, und der Luigi Tameli ist zu mir nach Hause gekommen, hat bei mir die Rennhose probiert, und wir sind gesessen und erst gekommen, ich weiss nicht, ob es du noch weisst, Luigi, das ist viele Jahre her, das war in den 60er Jahren, als du nicht mit der Velogeschäft gefahren bist, du bist ja noch viel Velogeschäft gefahren. Ich möchte dir einfach recht herzlichen Dank sagen, für das, was du am Sport gebracht hast, und wie du immer ein fairer Sportler bist, und immer eigentlich ein Kollege, zu den kleinen Rennfahrern wie ich war, danke Luigi, und jetzt habe ich geschlossen, ich werde dich nicht hören, ich werde dich auch ein wenig Velogeschäft im Motorsport sehen. Danke Luigi! Applaus 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 Ich habe dort einen guten Rennhosen in der Prinzessin, Salina Teiler, und ihr die Besucherinnen und Besucher, und auch noch ein paar gesetzten Bruchpunkte Er hat ... Er hat ihn zu verdanken, dass wir hier sein dürfen. Er ist der Opa-Präsident ... Krass